Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Review und first things first. Hikmet, seit wann machen wir eigentlich den Kostümwechsel? Seitdem wir jemanden in der Requisite haben und ich habe gehört, es soll am 3. September soll es einen Release geben von ein paar Klamotten von mir. Wie hast du gehört? Sagt man sich auf der Straße? Sagt man sich auf der Straße und unser Requisiteur, der hat gesagt, zieh doch einfach mal was anderes an. Das ist vielleicht dann so ein bisschen unauffällige, wie sagt man, sublimale Werbung. Aber gut, ich konnte mich nicht verwirren. Kommt auf eure subjektive Wahrnehmung an, ob ihr das unterschwellt. www.ifellikehikmet.de Fünfte T-Shirt, fünfte T-Shirt. Ja, mach das. Gebt das T-Shirt und das müsst ihr ins andere Video gucken. Soll ich noch eins verschenken oder so? Oder ist das zu kompliziert? Mach es einfach. Okay, das letzte Posting unter dem Ding kriegt das T-Shirt. Und Finale geben wir nicht bekannt. Wir sagen einfach irgendwann, okay, letztes Posting. Ihr habt es selbst in der Hand. Um einmal deutlich zu werden. Was wir in der Hand haben, um da mal deutlich zu werden, sind zwei Schuhe, die Bait zusammen mit Adidas hergestellt hat. Adidas Konsortium Drop vor 10 Tagen, 12 Tagen bei Bait Release gehabt. Und jetzt international bei dem Konsortium Händler eures Vertrauens käuflich zu erwerben. Das R&D Pack, einmal der Equipment Support 93-16, Primed Ultra, also der mit der Ultraboost-Sohle und dem Primed Upper vom Support angelebt. Und einmal der 93-17, der Future. Und in dem Fall sogar noch eine Hybrid-Geschichte. Sohle vom Future, Upper aber, das merkt man, wenn man genau hinguckt, hier die Technik vom ADV mit reingenommen. Mann, Development, ne? Ich wollte gerade fragen, warum machen sie das? Das Ding heißt R&D Pack. Du bist bei Research. Ich bin bei Research. Ich bin der Tüftler und er ist der Entwickler. Und zusammen sind wir ein super Team. Tak, tak. Hui. Tak, tak. Ich dachte, das wäre so ein schöner Slum. Das ist ein schönes Geräusch dazu, ja. Tak, tak, tak. Also die Idee dahinter ist wirklich dieser Research, also dieses Entwickeln, dieses weiße Blatt Papier, was man so bei diesen ganzen Professoren sieht, so mit Karopapier oder sowas. Der Schuh, der leuchtet. Das ist so die Idee dahinter, dass das im Prinzip diese Entwicklungsphase ja im Prinzip auch Geheimnisse mit sich bringt. Dadurch sind so Details wie dieses Leuchten eingebracht. Das Schöne, dieses Cage, was ja eigentlich auf den ersten Blick auf dem Schuh relativ unschön wirkt, sieht am Fuß. Ich wollte deplatziert sagen, aber okay. Sieht relativ schön aus. Und sonst gab es eigentlich zum Schuh nicht viel zu erwähnen, dass er weiß ist und der andere schwarz. Mich erinnert es mehr an so Spy vs. Spy. Kennt ihr das noch, die Comics? Ja. Ja. Ja, stimmt, tatsächlich. Oh, gut, dass du es sagst. Ja, stimmt. Aber wie gesagt, der sieht in der Hand mit diesem Cage auch hier auf dem Future, das sieht ein bisschen affig aus. Ich finde, das passt zu so einer Yamamoto-Geschichte, würde das vielleicht ein bisschen passen. Da könnte man das so zum Gesamtlook mit diesem eher edlen. Ich finde, Equipment zu dieser No-Bullshit-Attitude passt so ein graziles Ding hier erstmal nicht wirklich hin. Wie Hickman sagt, am Fuß sieht es bei dem doch ganz gut aus. Die Ergebnisse, die man hier gefunden hat, dass es leuchtet, liegen hier auch ein bisschen offensichtlicher da. Das ist so eine Double-Layer-Geschichte, dass es hier unten durchschimmert und reflektiert. Dann die Weiterentwicklung. Natürlich, man hat den Future nochmal weiterentwickelt mit der Zuhilfenahme des ADV-Appas und 35% mehr Primed auf diesen Schuh gebracht, als auf jeden bisherigen 9317 Future Support. Mann, da hat sich die Weiterentwicklung richtig gelohnt. Ich finde nur, dass es schade ist, dass es halt so ein nicht besonderes an diesem Schuh dabei ist. Wenn der jetzt auch Glow-in-the-Dark hätte oder wenn der auch noch ein besonderes Feature hätte, so finde ich, geht das Ganze leider ein bisschen unter mit dem Schwarz. Vielleicht hätte es auch einfach eine andere Farbe oder einen Kontrast getan, weil dieses, hey, das ist ja eigentlich hier ADV, das sieht ja kein Schwein auf den ersten Blick. Das ist mir ein bisschen zu subtil, ein bisschen zu alltäglich, zu, ich sage es wieder, ich habe es im letzten Video erst gesagt, zu durchschnittlich. Aber das Ding finde ich, obwohl es all white ist und man sich sagt so als Collab, könntest du auch mal ein bisschen, ja, hey, hey, finde ich es über diese Glow-in-the-Dark-Geschichte super. Ich finde den hier ehrlich gesagt schöner. Ich finde den schöner. Wollt ihr tauschen? Ja, gerne. Danke. Dann hätten wir das und damit ihr auch entscheiden könnt, wie euch die Schuhe gefallen und welcher euch im günstigsten Fall auch besser gefällt, gucken wir uns die beiden jetzt mal ein Feed an. Ja, das ist eine tolle Idee. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Freunde der Sonne. Bait hat sich mit Adidas zusammengetan und einen doppelten Konsortium-Drop gebracht, der jetzt in den Handel kommt am Wochenende. Einmal den Equipment Support 9316 und den 9317 kosten jede Menge Geld. Wenn ihr das habt und Bock darauf habt, einen davon zu kaufen, könnt ihr da gerne auch einfach mal unten in die Infobox gucken. Da haben wir natürlich wieder ein paar Links für euch zusammengetragen. Lasst uns einen Kommentar da. Welcher gefällt euch besser? Wir haben es gerade erklärt. Ich mag den ein bisschen mehr. Hick mit mag den ein bisschen mehr. Sagt gerne mal, welcher gefällt euch am besten. Drückt einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns ganz bald auch wieder hier, wenn ihr es möchtet. Tschüss. 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 Vielen Dank.